2020 erwarten dich 1124 Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung. Davon werden dann zufällig 20 aus dem Grundstoff und 10 klassenspezifische für dich ausgesucht. Für diese 30 Fragen hast du dann 45 Minuten Zeit. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Die Prüfung gilt dann als nicht bestanden, wenn du mehr als 10 Fehlerpunkte hast oder 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch beantwortet hast. Der TÜV berechnet zur Zeit für eine Theorieprüfung 22,49 Euro, wobei jede Fahrschule für jede Vorstellung der Prüfung noch einmal zwischen 50 und 80 Euro von dir haben möchte. Um dich auf die Theorieprüfung vorzubereiten, bist du leider auf dich alleine gestellt, da das, was dir im Theorieunterricht beigebracht wird, leider nicht viel mit der theoretischen Prüfung zu tun hat. Auf diesem Kanal findest du alle Antworten zu allen Fragen, die 2020 auf dich warten können. Um keine Videos mit wichtigen Informationen zu verpassen, kannst du den Kanal jetzt hier kostenlos abonnieren. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich unglaublich über ein Like von dir freuen. Du kannst die Videos auch mit deinen Freunden teilen, um ihnen bei ihren Führerscheinen zu helfen. Mein Name ist Philipp Hirschfeld und ich zeige dir alles, was du für die theoretische Prüfung wissen musst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im letzten Video hatten wir schon ein paar Fragen zum Linksabbiegen. Und da habe ich zu dir gesagt, dass du dich immer so einordnen musst, dass der Gegenverkehr noch vor dir links abbiegen kann. Ich blende dir dazu mal hier ein Bild ein. Wir hatten ja im letzten Video eine Videosequenz, wo er das Ganze falsch gemacht hat. Und das ist einer der häufigsten Gründe in der praktischen Prüfung, die zum Nichtbestehen führen. Also wenn einer die Prüfung nicht besteht, dann meistens, weil er entweder über Rot fährt oder weil er sich beim Linksabbiegen nicht richtig einordnet. Rechtsvergebot auf der Autobahn und Rechtsüberholen. Das sind so die Top 4, hätte ich jetzt gesagt. Und beim Linksabbiegen ist, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass du in die Mitte der Kreuzung fährst, aber auf deiner Seite bleibst, dass mit der Gegenverkehr vor dir abbiegen kann. Okay, dann schauen wir uns die heutigen Fragen mal an. Sie wollen aus einem Grundstück über den Gehweg auf die Fahrbahn einbiegen. Worauf müssen Sie achten? Verkehrsteilnehmer auf dem Gehweg dürfen nicht gefährdet werden. Immer zuerst auf den fließenden Verkehr auf der Fahrbahn achten. Gegebenenfalls ist ein Einweisen erforderlich. Also, natürlich darf niemand gefährdet werden, das ist klar. Zweite Antwortmöglichkeit, immer zuerst auf den fließenden Verkehr achten, ist natürlich nicht richtig, denn als allererstes kreuzt du dich ja mit den Fußgängern und Radfahrern. Also diese Antwort kreuzen wir nicht an. Die dritte Antwortmöglichkeit, sich einweisen lassen, das ist richtig. Also unter Umständen musst du dir jemanden suchen, der dir dann winkt, wenn frei ist, oder dir ein Zeichen gibt, wenn du warten musst. Sie möchten aus dem Grundstück ausfahren. Was ist richtig? Ich muss warten, bis die Fußgänger die Ausfahrt überquert haben. Ich darf fahren, falls die Fußgänger auf ihren Vorrang verzichten. Ich hupe kurz, damit mich die Fußgänger ausfahren lassen. Also hupe natürlich nur in eine Gefahrensituation innerorts. Ich darf fahren, wenn die Fußgänger auf ihren Vorrang verzichten. Das ist schon richtig. Allerdings musst du halt aufpassen, dass dir beide Fußgänger sagen, dass sie warten und dass du dann fahren darfst. Denn wenn von links zwei Fußgänger kommen und die winken dir, und von rechts kommt der Radfahrer, ist natürlich blöd. Aber in dem Fall gehen wir mal davon aus, es sind zwei und die beiden winken dir, dann ist das auch richtig. Ich muss warten, bis die Fußgänger die Ausfahrt überquert haben. Aber grundsätzlich musst du natürlich warten. Okay, dann sieht man im Innenspiegel schon ganz gut die Trambahn. Wir wollen links abbiegen, okay. Ah, und da kommt sogar einer. Und der hat sich richtig eingeordnet. Nee, hat er nicht. Ah, schwer einzuschätzen. Also wir müssen jetzt beim Linksabbiegen vor dem weißen Linksabbiegen, nicht dahinter. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht die Frage. Wie verhalten Sie sich? Zunächst im Bereich der Mittelinsel warten, wo der andere Pkw steht. Vor dem Linksabbiegen warten und den Bereich der Mittelinsel frei halten. Flüssig abbiegen, um die Nachfolgenden nicht zu behindern. Ja, okay. Also es kommt die Straßenbahn. Von dem her werden wir vor den Schienen bzw. vor der Mittelinsel warten. Alles andere wäre mehr als gefährlich. Keine Angst, wenn du auf den Schienen stehst, so wie der weiße, und die Trambahn kommt, die wird dich nicht einfach umfahren. Die hat auch Bremsen. Aber du solltest halt nicht direkt vor der Trambahn da rüberziehen. Denn du bist der Abbieger. Du musst die Trambahn, die geradeaus weiterfährt, zuerst fahren lassen. Das hat bestimmt was mit dem Radfahrer zu tun. Die Straße verengt sich. Dementsprechend bleiben wir natürlich hinter dem Radfahrer. Also verzögern, verzögern heißt bremsen. Das ist die richtige Antwort. Welches Verhalten ist richtig? Verzögern, nach links ausscheren, beschleunigen. Also im Prinzip ist es die gleiche Frage, nur dass zwei Motorräder vor uns waren. In welchen Fällen dürfen Sie nicht in eine Kreuzung einfahren, obwohl die Ampel grün zeigt? Wenn ein Polizeibeamter Halt gebietet. Wenn an der Kreuzung das Verkehrszeichen Halt, Vorfahrt, Gewähren steht. Wenn ich auf der Kreuzung warten muss, weil der Verkehr stockt. Also klar, wenn der Polizist Halt gebietet, dann muss er natürlich stehen bleiben. Denn Polizist geht über Ampel oder Verkehrszeichen. Wenn an der Kreuzung das Verkehrszeichen Halt, Vorfahrt, Gewähren, das ist ein Stoppschild, steht, dann darf ich trotzdem bei grün in die Kreuzung einfahren. Denn wie gesagt, Ampel steht über Verkehrszeichen. Das zweite hier kreuzen wir nicht an. Wenn ich auf der Kreuzung warten muss, das ist richtig. Es geht mal davon aus, du fährst in die Kreuzung rein und du kannst nicht über die Kreuzung fahren, weil so viel los ist, aus welchen Gründen auch immer. Dann stehst du mitten auf der Kreuzung, irgendwann bekommt der Querverkehr grün und du stehst mitten auf der Kreuzung und verstopfst sie. Also da darf ich dann nicht in die Kreuzung einfahren, obwohl grün ist. Die Prüfung ist übrigens damit auch dann sofort vorbei. In welchen Fällen dürfen sie in eine Kreuzung nicht einfahren, obwohl sie Vorfahrt haben? Wenn ich in der Kreuzung warten müsste, weil der Verkehr in meiner Fahrtrichtung stockt. Wenn ich links abbiegen möchte und wegen des Gegenverkehrs in der Kreuzung warten müsste. Wenn ich ein Fahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhorn behindern würde. Also die erste Antwort hatten wir ja gerade eben. Bei der zweiten, wenn du links abbiegen möchtest und bedingt durch den Gegenverkehr warten musst, das wird so gemacht. Wie gesagt, du fährst in die Mitte der Kreuzung und beide Fahrzeuge biegen voreinander ab. Und natürlich muss ich dazu in der Mitte warten. Das ist vollkommen normal. Das kreuzen wir nicht an. Das ist so richtig. Wenn ich ein Fahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhorn behindern würde, das ist natürlich klar. Dem muss ich ja immer Platz machen. Also nur eins und drei. Wo ist das Halten verboten? Auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen. Auf Einfädelungs- und Ausfädelungsstreifen. Vor Ein- und Ausfahrten von Grundstücken. Also pass auf, es ist vom Halten die Rede. Und gehalten werden darf nicht auf den Fahrstreifen mit Richtungspfeilen. Auf Beschleunigungsstreifen bzw. Einfädelungs- und Ausfädelungsstreifen. Und vor allen Ausfahrten, vor Grundstücksausfahrten darf gehalten werden. Es darf nicht geparkt werden. Aber hier ist von Halten die Rede. Also lassen wir diese Antwort auch aus. Natürlich der rote. Du darfst nicht vor dem Fußgängerbeweg halten oder darauf. Sondern du musst fünf Meter Abstand zu dem einhalten. Danach ist es wieder egal. Also der gelbe hält richtig. Wer muss an einem Andreaskreuz mit rotem Blinklicht in Form eines Pfeiles nach rechts warten? Linksabbieger. Geradeaus Fahrer. Rechtsabbieger. Ja gut. Also wenn schon ein Pfeil nach rechts zeigt, dann natürlich der, der rechts abbiegen möchte. Worauf weist diese Verkehrszeichenkombination hin? Das ist ein Gefahrenzeichen. Dreieckig rot mit der Spitze nach oben. Und darunter haben wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Also das Gefahrenzeichen warnt natürlich vor einem Bahnübergang. Und die Geschwindigkeitsbegrenzung hoffentlich ist klar. Auf einen Bahnübergang, den ich mit maximal zehn Kilometer pro Stunde überqueren darf. Richtig. Also zulässige Höchstgeschwindigkeit. Auf einen Bahnübergang, an den ich ab hier mit maximal zehn Kilometer pro Stunde heranfahren darf. Genau, das ist auch richtig, denn das Verkehrszeichen gilt immer ab dem Punkt, an dem du an einem Verkehrszeichen vorbeifährst. Auf einen Bahnübergang, den Schienenfahrzeuge nur mit zehn Kilometer pro Stunde befahren dürfen. Nein, die Verkehrszeichen gelten natürlich für uns. Ja, also wenn ich sowas in der Prüfung habe, dann kribbelt es bei mir gleich immer, weil ich weiß, wenn der Bus auf dem rechten Fahrstreifen fährt, irgendwann wird der stehen bleiben. Und wenn du hinter dem Bus fährst, dann passiert genau diese Situation. Der Hintermann checkt das wahrscheinlich schon, fährt auf den linken Fahrstreifen und du bist dann der Adept, der hinter dem Bus wahrscheinlich sogar noch anfängt zu bremsen und dann keine Chance mehr hat, einen Fahrstreifenwechsel durchzuführen. Aber gut, schauen wir uns mal die Fragen an. Welches Verhalten ist jetzt richtig? Ich bleibe zunächst hinter dem Bus. Ja, zunächst natürlich schon, denn links neben uns fährt ein Auto. Ich wechsle den Fahrstreifen, ohne sofort zu überholen. Wie willst du das machen? Ich überhole den Bus mit mäßiger Geschwindigkeit. Also pass auf, das ist falsch, denn überholen darfst du den Bus nicht. Überholen wäre ja praktisch, wenn der Bus fährt und der fuhr ja auch noch. Und mit mäßiger Geschwindigkeit schon gleich dreimal nicht, denn er hat ja Warnblinklicht an. Okay, und wir dürfen ja nur mit dem Bus, der Warnblinklicht an hat, mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Wenn der Bus steht, wird dran vorbeigefahren. Wenn der Bus fährt, überholt man. Und hier ist die Rede von überholen. Und ein Linienbus, der mit Warnblinklicht fährt, darf nicht überholt werden. Sie möchten an einem Linienbus vorbeifahren, der an einer Haltestelle angehalten hat. Was müssen Sie beachten? Ich muss den Gegenverkehr beachten. Natürlich. Ich muss vorsichtig vorbeifahren. Vorsichtig ist immer gut. Hier ist natürlich nicht die Rede von Warnblinklicht. Dementsprechend dürfen wir vorsichtig vorbeifahren und müssen nicht mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Ich muss mit ausreichendem Seitenabstand vorbeifahren. Ja gut, und ausreichendem Seitenabstand ist natürlich auch wichtig. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Fragen gerne beantwortet haben möchtet. Ich habe ja die ersten Fragen hier einfach komplett durchlesen lassen, euch dann zwei, drei Sekunden überlegen lassen und dann die richtigen Antworten erklärt und angekreuzt. Oder soll ich dann direkt die Antwort vorlesen, erklären und ankreuzen oder nicht? Also schreibt es mir runter in die Kommentare, wie ihr es gerne haben möchtet. Und natürlich den Daumen nach oben nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. Sie nähern sich einem Linienbus, der an einer Haltestelle angehalten hat. Worauf müssen Sie beim Vorbeifahren achten? Auf meine Geschwindigkeit? Ja, genau. Hier hält er an der Haltestelle, deswegen fahren wir an dem Bus vorbei. Und natürlich ist auf die Geschwindigkeit zu achten. Da haben wir ja in der letzten Frage hier schon gehabt, dass wir vorsichtig vorbeifahren. Und vorsichtig ist halt immer so eine Sache mit einer gewissen... Ja, also der Bus hat kein Warnblinklicht an, deswegen nicht Schrittgeschwindigkeit. Aber so, dass du halt noch anhalten kannst, falls sich die Leute auf die Straße hechten. Auf ausreichenden Seitenabstand. Auf Personen, die sich auf der Fahrbahn befinden. Was haben Sie zu beachten, wenn Sie Ladung transportieren möchten? Die Ladung darf selbst bei einer Vollbremsung nicht verrutschen. Ja, natürlich nicht. Also die Ladung muss natürlich immer sicher sein. Die Ladung darf nie nach vorn über das Fahrzeug hinausragen. Achtung, nie ist nicht richtig. Wenn die Ladung über 2,50 Meter hoch montiert ist, dann darf sie nach vorne herausragen. Die Ladung darf mich nicht behindern. Das wäre schlecht, wenn du da so einen Balken transportierst und kannst dann nicht mehr richtig schalten und bremsen. Ab welcher Höhe darf Ladung bis zu 50 Zentimeter nach vorn über ihr Kraftfahrzeug hinausragen? Das, was ich gerade gesagt habe. 2,50 Meter. Sie wollen während des Führens eines Fahrzeugs telefonieren. Was ist zu beachten? Das Telefonieren mit einer Freisprecheinrichtung lenkt mich nicht ab. Also natürlich lenkt es dich ab. Kommt halt darauf an, was ihr für Gesprächsthemen habt und so weiter. Das kennst du ja, wenn du irgendwo bist und telefonierst, dann vernachlässigst du eventuell andere Sachen. Das Gespräch kann mich ablenken. Die Bedienung des Telefons kann mich ablenken. Gut. Die Ampel zeigt grün. Sie wollen rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich gegenüber Personen, welche die Straße überqueren, in die Sie einbiegen möchten? Also Sprech, wir wollen rechts abbiegen und da gehen Leute über die Straße, die sich mit uns kreuzen. Nein, denn wenn wir abbiegen, dann müssen wir die anderen Personen gehen bzw. fahren lassen. Die Personen durch Hupen warnen. Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen. Okay, also hier ist nun die letzte Antwort richtig. Wie verhalten Sie sich gegenüber Personen, welche die Straße überqueren, in die Sie einbiegen möchten? Das ist die gleiche Frage. Zügig vor den Personen abbiegen. Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen. Nur dann warten, wenn die Personen einen gekennzeichneten Überweg benutzen. Nein. Also, wenn du abbiegst, dann bist du wartepflichtig. Fertig. Welches Verhalten ist richtig? Und die letzten zwei Fragen, die kannst du dir ganz genau so vorstellen, wie auf dem Bildchen. Vor der entgegenkommenden Person durchfahren, weil diese wartepflichtig ist. Und dabei ist es egal, ob die Person von unserer Straßenseite auf die andere rüber geht oder umgekehrt. Weiterfahren, weil mich beide Personen vorlassen müssen. Warten, weil beide Personen Vorrang haben. In welchen Fällen müssen Sie an einen Fußgängerüberweg besonders vorsichtig heranfahren? Wenn ein anderes Fahrzeug bereits vor dem Fußgängerüberweg wartet. Dann ist die Gefahr natürlich extrem hoch, dass da einer drüber gehen möchte. Klar. Wenn die Sicht auf den Fußgängerüberweg eingeschränkt ist. Das ist nochmal wichtiger. Manche denken ja, wenn da schon Fahrzeuge stehen, dann kann ja keiner über diesen Fußgängerüberweg drüber gehen. Aber du kennst es ja, wenn du über die Straße gehst, dann drückst du dich natürlich auch an den Autos vorbei. Also gerade da ist es besonders wichtig, wenn du nichts sehen kannst, dass du sehr, sehr vorsichtig ranfährst. Wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen. Ja, also alles richtig. Ein Fußgängerüberweg ist verschneit. Sichtbar ist nur das Hinweiszeichen Fußgängerüberweg. Ein Fußgänger möchte die Fahrbahn überqueren. Was ist richtig? Vorsichtig weiterfahren, da keine Markierungen zu erkennen sind. Markierungen brauchst du in dem Fall nicht. Du hast das Verkehrszeichen, also verhältst du dich so, wie du dich halt verhalten musst. Dem Fußgänger das Überqueren ermöglichen. Vorsichtig bremsen. Genau, damit der Fußgänger auch erkennt, dass du ihn über die Straße gehen lässt. Eine Person will die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg überqueren. Wie verhalten sie sich? Ich bereite mich auf das Anhalten vor. Ich überhole nicht. Achtung, im Bereich von Fußgängerüberwegen ist das Überholen verboten. Also die zweite Antwortmöglichkeit ist auch richtig. Ich überhole wartende Fahrzeuge mit besonderer Vorsicht. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass es hier Verwechslungsgefahr gibt, weil sich das besonders gut anhört mit besonderer Vorsicht. Es gibt auch fünf Fehlerpunkte. Also du darfst den Bereich von Fußgängerüberwegen bzw. Zebrastreifen nicht überholen. Auf keinen Fall. Da möchte jemand über die Straße gehen. Dementsprechend müssen wir warten. Ich warte vor dem Fußgängerüberweg, bis das blaue Fahrzeug abgebogen ist. Ich lasse den Fußgänger die Fahrbahn überqueren. Ja, zwei und drei. Warum ist eine defensive Fahrweise beim Annähern an Fußgängerüberwege besonders wichtig? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, damit der Fußgänger merkt, dass du ihn über die Straße gehen lässt. Wenn du da jetzt voll Karacho ankommst, also du willst den Fußgänger über die Straße gehen lassen. Das ist voll und ganz deine Absicht. Aber wenn du da so schnell darauf zufährst, dann bekommt der Fußgänger Angst und dann wird er das nicht tun. Und was wirst du da machen? Du wirst dir denken, ja gut, wenn der Fußgänger nicht gehen möchte, dann fahr halt ich und dann ist die Prüfung auch vorbei. Damit Fußgänger nicht verunsichert werden. Damit Auffahrunfälle vermieden werden. Ja, das sowieso. Also der Hintermann reagiert natürlich dementsprechend schlecht. Oder du entschärfst die Situation einfach, wenn du die Geschwindigkeit so anpasst, dass du allen zeigst, hey, guck mal, da vorne ist ein Fußgängerweg, ich bleibe jetzt gleich stehen oder ich mache jetzt langsamer. Das Gleiche auch, wenn du in der Stadt nach dem Parkplatz suchst. Wenn du einen Parkplatz hast und du fährst da hin wie ein Irrer und drückst dann stark auf die Bremse, dann kannst du sicher sein, dass hinter dir einer steht und du nicht rückwärts in den Parkplatz reinkommst. Deswegen passt du die Geschwindigkeit frühzeitig so an und blinkst dann auch gleich, damit der Hintermann weiß, ah, okay, der möchte eventuell da reinfahren. Also der braucht mehr Platz. Damit nachfolgende Fahrzeuge leichter überholen können. Wie gesagt, überholen ist im Bereich nicht erlaubt. Sie fahren auf einer Straße mit zwei Fahrstreifen in einer Richtung auf dem linken Fahrstreifen. Vor einem ca. 30 Meter entfernten Fußgängerüberweg hält auf dem rechten Fahrstreifen ein LKW an. Wie verhalten Sie sich? Ich gebe Warnzeichen und fahre am LKW vorbei. Ich fahre mit mäßiger Geschwindigkeit heran. Also der bleibt natürlich stehen, weil jemand über die Straße gehen möchte. Deswegen fahren wir mit mäßiger Geschwindigkeit heran. Ich fahre zügig weiter. Ja, also da ist natürlich dann nur die zweite Antwort richtig. Na klar, lassen wir den rüber. Also ich bremse erst kurz vor dem Fußgängerüberweg, haben wir gerade gesagt, das tun wir nicht. Wir bremsen schon frühzeitig, um demjenigen zu erkennen zu geben, dass wir ihn bemerkt haben. Vor Ihnen befindet sich ein Fußgängerüberweg, hinter dem der Verkehr auf Ihrem Fahrstreifen stockt. Wie verhalten Sie sich? Auf dem Fußgängerüberweg warten, wenn keine Personen zu sehen sind. Wir dürfen nicht auf dem Fußgängerüberweg stehen bleiben. Auf dem Fußgängerüberweg warten, um den Fahrzeugrückstau zu verkürzen. Vor dem Fußgängerüberweg warten, um Personen das Überqueren zu ermöglichen. Sie sind an einem Verkehrsunfall beteiligt. Wozu sind Sie verpflichtet? Ich muss bei geringfügigem Schaden unverzüglich zur Seite fahren. Genau, also wenn dir da einer den Spiegel abgefahren hat, deswegen muss er nicht die komplette Kreuzung lahmlegen. Ich muss auf Verlangen den Berechtigten meinen Namen und meine Anschrift angeben. Das musst du, ja. Ich muss den anderen Beteiligten angeben, dass ich auch am Unfall beteiligt war. Da sind alle drei Antwortmöglichkeiten richtig. Sie haben auf einer Landstraße einen Unfall. Wie sichern Sie diese Unfallstelle ab? Ich stelle das Warn-Dreieck gut sichtbar in ca. 100 Meter Entfernung vor der Unfallstelle auf. Genau, 100 Meter Entfernung, das ist richtig. Ich warne, falls erforderlich, andere Fahrzeuge, zum Beispiel durch Handzeichen. Das ist auch richtig. Ich schalte sofort das Warnblinklicht ein. Das sagt ja schon das Wort, Warnblinklicht ist auch richtig. Was gilt hier? Geradeaus Fahrer dürfen fahren. Also unsere Ampel ist ja rot. Du hast nur einen grünen Pfeil nach rechts und dementsprechend auf unserem Fahrstreifen darfst du ja nur gerade oder links abbiegen. Und ja, du musst halt stehen bleiben, bis die Ampel wieder auf grün umschaltet. Rechtsabbieger dürfen fahren. Ja, rechtsabbieger dürfen fahren. Linksabbieger dürfen fahren. Nein. Na komm. Okay, pass auf, der von hinten kommt immer näher. Ja, also die Ampel schaltet fünf Meter vor dir von grün auf gelb um. Wie verhalten wir uns? Wir weiterfahren. Fahren weiter. Klar. Dann machst du bitte keine Vollbremsung, sonst fährt der LKW dir von hinten rein. Was gilt hier? Oh, das ist auch eine Frage, die sehr oft falsch beantwortet wird. Also grundsätzlich musst du beim Linksabbiegen natürlich den Gegenverkehr durchfahren lassen. Aber jetzt pass mal auf, gerade wenn das Bild auf deinem Handy ein bisschen kleiner ist. Hier links hast du eine Ampel mit Pfeil. Okay, und die sagt, dass der Gegenverkehr und sogar die Radfahrer und Fußgänger, das ist bestimmt sehr klein auf dem Handy Display. Die haben Rot und du kannst einfach, ohne anzuhalten, abbiegen. Ich darf ungehindert abbiegen. Wir dürfen ungehindert abbiegen, das ist richtig. Ich muss in der Kreuzungsmitte anhalten. Nein. Ich muss den Gegenverkehr durchfahren lassen. Nein. Also wenn du das schnell durchmachst, da passieren viele Fehler. Es gibt vier Fehlerpunkte. Sie wollen an dieser Ampel mit Grünpfeilschild nach rechts abbiegen. Welches Verhalten ist richtig? Achtung, Grünpfeilschild haben wir auch schon des Öfteren gehabt. Da wissen wir, dass wir erst stehen bleiben müssen, wenn wir rechts abbiegen möchten, solange die Ampel hier noch rot zeigt. Und dass wir das Ganze auch nur vom rechten Fahrstreifen aus machen dürfen. Ich darf auf jedem Fahrstreifen rechts abbiegen. Also nur vom rechten Fahrstreifen aus. Wenn es zwei Fahrstreifen gibt, von denen ich rechts abbiegen darf, dann in dem Fall nur von dem rechten Fahrstreifen. Also die erste Antwort ist falsch. Ich halte vor der Kreuzung an. Ja, denn die Ampel ist rot. Ich muss eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer ausschließen. Damit ist gemeint, dass wir warten, bis der Querverkehr weg ist. Denn wenn wir rot haben, hat der Querverkehr natürlich grün. Und dementsprechend warten wir so lange, bis kein Querverkehr mehr kommt. Und nachdem wir angehalten haben, dürfen wir auch bei rot rechts abbiegen, bei dem Grünpfeilschild. Das Ganze gibt es auch noch mal als Ampel, also Lichtzeichenanlage. Und da darfst du dann gleich abbiegen. Weil wie in der Frage davor, wenn du in der Ampel einen Pfeil hast, dann kannst du ungehindert abbiegen. Okay, das sieht man ja aus nach der gleichen Situation wie vorhin, nur dass diesmal kein LKW hinter uns fährt. Und dass die Ampel viel früher schon auf gelb umschaltet. Es sind ja keine 5 Meter mehr, sondern vielleicht 15 Meter. Und diesmal bremsen wir natürlich ab und bleiben vor der Ampel stehen. Okay, Achtung, die Ampel. Ah, hinter uns kommt der Krankenwagen. Okay, dann müssen wir dem natürlich Platz machen. Und notfalls fahren wir auch ein Stückchen über die rote Ampel. Man könnte sich zum Beispiel hier vorne links hinstellen, damit der dann an uns vorbeifahren kann. Hinter ihnen fährt ein Rettungswagen mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn. Wie verhalten sie sich? Ich schaffe, ohne andere zu gefährden, sofort freie Bahn. Genau. Ich fordere den Fahrer im Fahrzeug neben mir auf, sofort freie Bahn zu schaffen. Quatsch, du bist der Einzige, der hier den Weg versperrt. Nach dem Umschalten der Ampel auf grün, schaffe ich sofort freie Bahn. Nein, also wie gesagt, du darfst sogar ein Stückchen hier über rot fahren, um dem Hintermann, also dem Rettungswagen Platz zu machen. Gut, das waren wieder 36 Fragen für heute. Wenn es dir gefallen hat, bitte lass mir einen Daumen nach oben da. Abo nicht vergessen, denn es gibt da noch Massenanfragen für deine theoretische Prüfung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.